Oh, hier siehst du, befürchten, dass bald der Büschelkopf kommt. Hä? Donut-Files! Oh nein, es wird Super Mario World sein, was ich überhaupt nicht kann. Jetzt habe ich gar nicht mal gelesen, wie dieses Level heißt, aber da ist ja ein Justin Cheater. Wer den ich überhaupt nicht benutzen kann, toll. Nämlich den Justin Cheater kann man nur dann benutzen, wenn man Mario oder Luigi heißt. Wobei, eigentlich müsste ich das ja dann so ähnlich spielen wie Kaizo Mario, was ich ja vor kurzem durchgezockt habe. Nämlich eigentlich ist Kaizo Mario gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Das ist halt nur ziemlich japanisch. Aber es ist alles machbar, wenn man weiß, wie es geht. Könnte ich vielleicht mal wieder ein Power abkommen oder so? Hä? Na gut, will ich ja eigentlich gar nicht abschalten. Vielleicht ist da was drin. Geh nicht immer in die falsche Richtung, du blöder Pilz. Ich muss mal einen Weg finden, das zu beeinflussen, in welche Richtung der jeweils geht. Mal sehen, ob das jetzt hier so ist, wie ein Kaizo Mario. Ne, anscheinend nicht ganz. Hä? Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Achso, die Plattform kommt da ganz langsam. Und ich komme nicht mehr hoch, BTF. Hilfe! Na, muss ich jetzt akzeptieren und hoffen, dass mich die Kopas nicht gillen. Das ist ja mal ein Kaizo Mario Level hier. Ich traue dem Ziel nicht. Hier ist aber anscheinend wirklich eins. Hä? Achso, Return to Yoshi Island hat das geheißen. Und das ist irgendwie ein extra Lebenspilzhaus. Na klar, dann geht es natürlich auch wieder. Man muss wahrscheinlich da hoch, also alle blauen Münzen sammeln. Guck mal, jetzt habe ich die hier alle. Gucken, wir haben mal hier nach Pilz weggesammelt. Hä, was sucht der Blödmann hier? Oh nein, das kann ich ja gar nicht einsetzen. Aber für irgendwas wird das wohl gut sein. Ich muss hier irgendwie erst diesen Schlüssel anscheinend finden. Oh nein! Oh nein! Hier kommt auch noch ein Püvenhammer-Du-Hitsche. Zumindest der Musik nachzuurteilen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dieser Lushi hat sich natürlich treffen lassen! Oh nein! Nein, das ist ein Geisterhaus, verdammt. Das ist ja ein richtiges Level hier. Was zum Teufel. Hoffentlich kommt jetzt nicht dasselbe Boss, Bo, wie ein Kaizo Mario. Oh nein, der kommt doch, so ein Mist, ey. Der ist ein Fiesling. Weil hier ist er wenigstens nicht so schwer wie ein Kaizo Mario. Wo man sofort springen muss, wenn man den Block sammelt. Was, oh nein, das geht ja immer noch weiter, was zum Teufel. Ja, aber hier gibt es super Ausrüstung. Wobei das natürlich bedeuten wird, dass es jetzt unschaffbar schwer wird. Nee, Glück gehabt. Boah, das war ja vielleicht mal mies, ey. Das hat sich ein Kaizo Mario Designer ausgedacht. Achso, das ist ein richtiges Level hier. Schon wieder. Achso, der wirft einen Boomerang. Der aber ewig braucht, um dann endlich wieder zum Tod zurückzukommen. Toll. Hä? Kann der jetzt etwa die Räuern nicht nehmen? Hä? Und vielleicht ist das tatsächlich so gedacht. Boah, ihr Scherzkekse, ey. Muss man ja auch noch richtig raten. Na, am besten erstmal diese ganzen nervigen Pflanzen wegballern. Na, der kann nicht nach oben böllern. Toll. Vor allem kann immer nur ein solcher Boomerang gleichzeitig da sein. Das ist ja nervig. Ja, toll. Das wollte ich gar nicht. Wenn man jetzt wüsst, ob's jetzt wo Ausgänge gab. Joa, nein, gab's wirklich. Mist. Aber immer noch besser als so ein Fake-Ziel, wo man dann in einen Abgrund fällt. Ich bin jetzt einfach mal so verrückt und geh in das Geisterhaus. Okay, man kann hier nicht hochfliegen. Da wird dann wahrscheinlich wieder der ganz große Bo am Ende kommen. War klar, dass das falsch ist. Äh, ich seh ihn doch. Warum bin ich dann so blöd und springe in ihn rein? Es wäre es gut noch diesen Bumerang zu haben, weil vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Aber wäre theoretisch möglich, dass der den Geistern was anhaben kann. Wobei, beim Link war's ja auch so, wenn der einen Hammeranzug also einen Schattenmodus heißt der da, hat. Dann kann er den Geistern damit trotzdem nichts anhaben, leider. Also ist es gut möglich, dass es beim Toad auch so ist. Muss man hier links oder rechts rein? Nee, glaub nicht. Man muss wahrscheinlich einfach nur durchhalten. Man darf sich nicht von den Geistern erwischen lassen. Was toll ist. Weil man nämlich leider nicht in der Lage ist, die abzuballern. Nein, hier ist wohl hier rein, oder? Ja. Okay, es ist wirklich ein Ausgang. Das Geisterhaus war ja gar nicht mal so schlimm eigentlich. Höh, das gibt's hier auch, WTF? Hä? WTF, man kann absfarben. Die sind ja vielleicht mal welche. Da farm ich mir mal ein paar, weil... Hier gibt's ja anscheinend hin und wieder mal ein Checkpoint. Also bringen die Ups auch was. Aber ich will jetzt mal was testen. Ob die Ups vielleicht immer in die Richtung gehen, in die ich guck? Nee. Vielleicht gehen die immer in die Richtung, in die ich nicht guck? Versuch ich jetzt nochmal. Nee, völlig zufällig. Wir sind jetzt nämlich in unterschiedliche Richtungen gegangen, mystikerweise. Gucken wir mal hier rein. Das wird wahrscheinlich ein schreckliches Level sein. Ach so. Ist auch wieder ein Kaizo-Mario-Level wie immer. Leck, 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 Leck. Äh, geht das schon wieder los? Leck, 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 Leck. Unspielbar. Oh nein, und dann auch noch ganz japanisch. Ich werde wegen dem Leck natürlich aus dem Pilz springen. Na klar kommt das Viech, wenn ich da stehe. Natürlich ist der dreckige Pilz so ein Bastard und geht in die falsche Bastard-Richtung. Ja, aber das war ja gerade eben mal baggig, dass die Pflanze gekommen ist, obwohl ich da war. Normalerweise nehmen zumindest die von unten immer Rücksicht auf einen. Da war ja echt mal die Kaizo-Mario-Designer am Werk. Was? Oh nein, WTF? Kaizo-Mario-Level sind schrecklich. Hör, da konnte ich überhaupt nichts mehr machen, toll. Wieso wollte ich denn unbedingt in dieses Level reingehen? Hier sind das andere. Hier sind das andere. Ja, jetzt wenigstens die Musik cool. Boah, fast hätte ich mich ja selber abgeböllert. Das wäre natürlich nervig gewesen. Zug, Zug. Zug, Zug. Was? Oh nein! Ich wollte ihn eigentlich aufheben. Na klar! Hä? Hä? Okay. Da hätte eine Blume drin sein sollen. Hä? Was? Was? Das war's schon? Hä? Da kommt schon wieder eine Burg! Wie wird Dead Castle? WTF? Oh nein! Das ist ein Kaizo-Mario-Schluss! Das heißt, es wird ganz failig. Was sollen die Typen eigentlich? Ich könnte ja jetzt so verrückt sein und da das abholen. Stattdessen hole ich aber lieber den Checkpoint. Oh nein! Das ist ein Kaizo-Mario-Level, wo man jetzt nämlich Drehsprünge machen muss, verdammt nochmal! Aber das geht doch nicht! Äh, da waren ja wirklich die Kaizo-Mario-Designer am Werk. Vor allem als Link ist das glaube ich unschaffbar. Weil er das nämlich nicht kann. Oh nein! Warum kann der denn da drauf nicht stehen? Es ist gut, dass ich die Ups gefarmt habe. Ansonsten müsste ich nämlich dann jedes Mal ganz von vorne anfangen. Beziehungsweise so kann ich es jetzt noch 25 Mal versuchen. Und das war jetzt natürlich wieder zu zaghaft. Ey, ne, diese verdammten Kaizo-Mario-Designer, diese Japaner-Typies. Die haben das viel zu schwer gemacht. Vor allem, dass der auf denen hier noch nicht mal stehen kann. Das suckt ja vielleicht mal. Normalerweise wird man das nämlich erwarten, dass er das kann. So, da ist jetzt hoffentlich ein Pilz, der wahrscheinlich aber wieder in die falsche Bastard-Richtung geht. Was? Oh nein! Ah, Glück gehabt, er ist noch da. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig da in das auszuspringen. Wah, oh nein! Wie soll ich denn den schaffen? Hä? Hä? Der ist ja mal viel zu gut. Nämlich der oben wäre zwar ein Block, aber an den kommt man nicht dran. Wahrscheinlich ist es nämlich eigentlich so gedacht, dass man ihn damit abwirft. Und möglicherweise ist es nämlich sogar so beigeregt, dass man es überhaupt nicht schaffen kann. Weil der Block nicht kommt. Oder aber die verlangen von einem, dass man einfach ganz hoch springt. Das war so klar, dass der Pilz wieder in die Richtung gehen wird. Ich finde, Pilze sollten nur nach rechts gehen dürfen. Und zwar immer. Na klar, der böllert, während ich da reinkomme. Und als Link wäre das, glaube ich, wieder mal unschaftbar. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich ihn damit jetzt nicht 200 mal treffen muss. Oh, fast hätte mich dem seinen Hammer erwischt. Obwohl er ja eigentlich gar keine Hämmer werfen kann. Na gut, ich habe ihn jetzt zwar mal getroffen, was mir aber nichts bringt. Weil wenn er mich einmal trifft, dann war es das für mich. Hör, der springt viel zu viel. Wenn er ähnlich ist, er aus dem Bild gesprungen. Aber wahrscheinlich war es das noch gar nicht. Doch, anscheinend schon. Da waren ja echt mal die Kites und Mario-Designer am Werk. Okay, ich mache einen Cut.